Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und es ist endlich soweit. Warta haben ihre Zahlen vorgestellt und zwar die Zahlen zum Halbjahr. Die sind aber um einige schlechter als erwartet. Ihr könnt das hier schon sehen, minus 9,4% wackelt die ganze Zeit ein bisschen rum. Immer so im Bereich zwischen minus 8,8% und minus 9,5%. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann gucken wir uns nochmal den Chart an, was könnte jetzt in nächster Zeit passieren. Und dann gucken wir uns natürlich nochmal an, was werden jetzt vielleicht die nächsten Trails und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt aber direkt einmal an mit den Zahlen und den Aussichten. Die Zahlen waren leicht enttäuschend. Ihr könnt das hier schon sehen, der Gewinn war tatsächlich 54 Cent, je Aktie geschätzt wurden 56 Cent. Und das zieht sich im Prinzip durch die ganzen Zahlen einmal so durch. Es wurde ein Umsatz von 405 Millionen Euro erwartet. Geworden sind es dann tatsächlich 397,6 Millionen Euro. Und es wurde ein EBITDA von 116 Millionen Euro erwartet. Tatsächlich geworden sind es dann 112,3 Millionen Euro. Das ist jetzt also einmal rein zu den Zahlen und den Fakken. Dort sehen wir jetzt also schon mal, die sind leicht unter den Erwartungen. Und wir haben ein Problem. Und zwar ist das Problem die Prognose. Viele Anleger haben sich erwartet, dass das Quartal sehr gut wird und dass die Prognosen vor allen Dingen angehoben werden. Und das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt ganz kurz als Info einmal dazu eine EBITDA-Marge von 28,2%. Bis Ende des Jahres möchte man gerne 30% erreichen. Und das wird man auch tun. Genauso wie die 940 Millionen Euro Umsatz. Zumindest das ist jetzt gerade der Stand, den Warta gesagt hat. Das sage ich auch gleich nochmal dazu. Aber das ist zumindest das, was sie jetzt gerade erwarten. Also das wird man erreichen. Aber die Anleger haben einfach schlichtweg eine Prognosenerhöhung erwartet. Eine leicht höhere Marge und zusätzlich auch noch leicht mehr Umsatz. Und das ist jetzt gerade nicht bestätigt worden. Zu dem, dass die Zahlen dann halt noch schlechter waren, als man erwartet hat. Heißt also insgesamt, wir haben einmal die Zahlen, die nicht gut waren. Beziehungsweise im Gegensatz zu den Erwartungen nicht gut waren. Um da jetzt nicht wertend zu sein. Und wir haben die Prognosen, die ebenfalls im Gegensatz zu den Erwartungen einfach schlichtweg zu schlecht waren. Beziehungsweise unter den Erwartungen waren. Und genau das ist das Problem, was wir gerade bei Warta haben. Was wir jetzt hier auch an dem Minus gerade ganz gut erkennen können. Warta selber hat sich dazu aber relativ positiv geäußert. Heißt also, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Prognosen, die sie selber gestellt haben. Denn sie erwarten natürlich unter anderem mit den ganzen neuen Zellen, dass sie diesen Umsatz erreichen. Dass sie auch diese Marge erreichen. Außerdem zeigt man sich sehr, sehr zufrieden über dem ersten Halbjahr. Ganz einfach deswegen, weil man sagt, die meiste Dynamik oder dieser große Umsatzsprung und auch der Gewinnsprung, dieser Ansturm, das stellt man sich eh erst im zweiten Halbjahr vor. Eher in Richtung Ende des zweiten Halbjahres. Heißt also, man sagt jetzt gerade, man ist zufrieden mit den Zahlen. Die sind ganz gut. Die eigentliche Dynamik kommt sowieso erst im zweiten Halbjahr. Und genau das dürfte einigen Anlegern auch nicht so ganz gefallen. Man hat natürlich im zweiten Halbjahr noch andere Vorteile. Man hat eine neue Fabrik, die soll nochmal 400 Millionen Knopfzellen herstellen. Heißt also Knopfzellen zum Beispiel für die Airpods und so weiter und so fort. Und die sollen dann ja auch wieder ausgeliefert werden, also verkauft werden. Und dementsprechend stellt man sich damit natürlich auch mehr Umsatz und mehr Gewinn vor. Da kommen wir aber gleichzeitig auch zur Angst, gerade der Anleger. Die Anleger haben nämlich eine riesige Angst davor, dass auch asiatische Hersteller vor allen Dingen in diesem Knopfzellenbereich aufholen und zum Beispiel dann Apple beliefern. Das ist so ein kleines Problem. Das heißt also, man verlässt sich bei Warte auch so ein bisschen unter anderem auf die Zellen. Auf keinen Fall verlässt man sich nur da drauf. Man sieht jetzt ja auch zum Beispiel, es wird gerade für 125er, also für die 125er Serie, 125 CC Fahrzeuge, beziehungsweise in dem Fall natürlich als Elektroversion. Dafür stellt man gerade die Akkus her. Man hat die V4 Drive Batteriezelle, die zum Beispiel am Porsche ausgeliefert wird und eventuell noch andere. Und dann ist man ja gerade auch noch in der Entwicklung zu anderen Fahrzeugzellen. Also man verlässt sich da nicht drauf. Aber genau das ist auch so ein kleines Problem. Auf der einen Seite verlässt man sich da drauf, dass durch diese Knopfzellen dieser Ansprung kommt, dieser Sprung von Umsatz kommt. Und auf der anderen Seite hat man tatsächlich dann die Anleger, die so ein bisschen Angst davor haben, dass die Knopfzellen vielleicht abgelöst werden. Das ist so ein kleines Problem, was noch aneinander reibt, muss man auch so ein bisschen sagen. Dementsprechend an sich haben wir hier ganz solide Zahlen. Nichtsdestotrotz unter den Erwartungen und auch die Wachstumsaussichten sind einfach schlechter als erwartet und dann noch mit diesen Ängsten, die dazukommen und so weiter. Deswegen sehen wir gerade ein relativ starkes Minus. So und um jetzt abschließend, bevor wir jetzt in den Chart zu kommen, nochmal ganz kurz auszudrücken, was Warta dazu noch selber sagt, bis auf dass sie die Prognosen erreichen, ist ganz einfach, dass sie sehr, sehr zufrieden sind, dass sie vor allen Dingen zufrieden durch den Fokus sind, den sie auf die Lithium-Ionen-Akkus haben und dass aktuell absolut alle Unternehmensbereiche dazu beitragen, dass man dieses Wachstum aufrechterhalten werden kann. Also da geht es dann schon um die Prognosen. Und dementsprechend sieht man, dass diese ganzen Wachstumskriterien beziehungsweise Wachstumsziele sich insgesamt auszahlen. Das also von Wartas Seite, die scheinen offensichtlich sehr, sehr zufrieden zu sein, ganz im Gegensatz zu den Anliegern und das sehen wir halt jetzt gerade auch im Chart. Wir können sehen, gestern ging es schon mal so ein bisschen in Richtung Talfahrt. Wenn wir uns das angucken, vom Börsenöffnungskurs bis Tagesschlusskurs oder Börsenschlusskurs 6,7% ungefähr im Minus. Waren zwischenzeitlich schon mal bei 9%. Heute könnt ihr jetzt hier schon rechts sehen. 9,5% Minus heißt also, es ist eine extreme Abstrafung. Gestern schon so ein bisschen Gewinnmitnahmen. Heute dann nochmal die Quartalszahlen. Wir haben hier aber Unterstützung unter anderem in Richtung von 135,30 Euro ungefähr. Die könnt ihr jetzt durchaus fürs Erste zumindest halten. Wenn wir jetzt natürlich Tagesschlusskurs sogar hier drunter fallen sollten, heißt also sogar hier in Richtung 134,80 zum Beispiel gehen, dann kann es durchaus auch nochmal weiterlaufen in Richtung 129 Euro. Das also einmal ganz kurz dazu. Ich nehme mal ganz kurz die Pfeile raus. Die hatten wir gestern im Stream gesprochen. Da hatten wir auch schon mal gesagt, vor den Zahlen traden ist vielleicht nicht immer das Beste, es sei denn, man ist sich tatsächlich sehr sicher. Darum soll es jetzt aber mal ganz kurz nicht gehen. Worum es jetzt einmal gehen soll, ist Tagesschlusskurs und die Analystenschätzung. Die Analysten könnten sich jetzt natürlich, nachdem eigentlich quasi alle Zahlen unterschritten wurden oder unterboten wurden, die man analysiert hat, die man prognostiziert hat, könnten die sich jetzt eher negativ dazu äußern. Das heißt, es wäre durchaus denkbar, dass jetzt die Analysten wieder kommen, sagen, ah, die Zahlen sind nicht so gut, wir senken das Kursziel, wir senken die Empfehlung zum Beispiel, sagen nicht mehr kaufen, sondern nur noch halten und so weiter. Da reagieren dann ja doch relativ viele Anleger drauf. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir hier nochmal so ein kleines Nachbeben haben. Wenn wir zum Beispiel relativ nah in Richtung 136 Euro schließen, dann wäre es durchaus denkbar, dass wir auch dann innerhalb der nächsten Tage in Richtung 129 Euro kommen. Dort haben wir eine sehr, sehr starke Unterstützung zwischen 126 und 129 Euro ungefähr. Wir haben hier einmal die beiden Unterstützungen, 125,75 und 128,80, außerdem die 200-Tage-Linie. Heißt also, hier haben wir eine recht starke Unterstützung und die könnte auch durchaus dann halten, selbst wenn es jetzt wirklich sehr, sehr schlecht für Warta läuft. Eine Position aufbauen könnte man durchaus entweder zum Beispiel, wir gehen im Tagesschlusskurs in Richtung 140 Euro, dann könnte man durchaus hier mal auf den Rebound bauen, zumindest bis zum nächsten Widerstand. Ich mache den mal ganz kurz grün in Richtung 145,40 ungefähr. Da könnte man dann drauf bauen, wenn wir jetzt hier weiterfallen sollten, zum Beispiel auch wie gesagt Tagesschlusskurs in Richtung 135 glatt oder sogar 134,80 oder so in die Richtung, könnte man durchaus eine Short-Position aufbauen, deswegen mache ich das jetzt auch mal grün, und zwar in Richtung dieser 129 Euro. Das wäre zumindest realistisch, dass wir dann dort wieder hinfallen. Auf der anderen Seite kann ich halt persönlich nur nochmal sagen, die Zahlen zu traden ist einfach relativ gefährlich, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Wenn man jetzt unbedingt langfristig einkaufen möchte, dann würde ich vielleicht nochmal ein paar Tage abwarten, ob sich Punkt 1 die Situation beruhigt und natürlich Punkt 2, ob es tatsächlich so ist, dass die Analysten wieder schlechte Einschätzungen abgeben, weil dann werden wir sicherlich nochmal nachbeben gehen. Heißt also für eine langfristige Position vielleicht nochmal ein bisschen abwarten, wie der Gesamtmarkt jetzt da auch drauf reagiert, wie es auch bis heute Abend dann quasi aussieht, wie dann auch die ersten Analysten Schätzungen, wahrscheinlich die über das Wochenende eventuell, beziehungsweise Montag dann kommen, dann auch aufgenommen werden vom Markt und dann kauft man vielleicht doch eher erst Montag ein. Übers Wochenende muss man ja auch nicht unbedingt den Trade offen lassen, es sei denn, wie gesagt, man hat jetzt ein relativ klares Signal, dann kann man das natürlich trotzdem nochmal machen. Wenn wir jetzt aber tatsächlich in eine der beiden Richtungen extrem starken Ausschlag haben, sollten noch innerhalb der nächsten Zeit. Ist jetzt zwar vielleicht nicht ganz so realistisch, könnte aber natürlich trotzdem sein. Wir kommen zum Beispiel innerhalb der nächsten ein, zwei Tage, also heute oder zum Beispiel Montag, über die 146 Euro, dann könnte es auch durchaus sehr, sehr schnell wieder in Richtung 154 Euro gehen. Heißt also, dann könnte man hier sehr schnell die Gap schließen und auch in Richtung 154 Euro durchlaufen. Ist jetzt nicht so realistisch, aber falls es so ist, dann könnte man hier durchaus eine Longposition aufbauen, wenn wir über diese 146,40 kommen. Wenn es jetzt tatsächlich noch weiter bergab geht, auch unter die 200-Tage-Linie zum Beispiel, dann könnte man hier in Richtung 125 nochmal abwarten, ob wir tatsächlich auch unter den Aufwärtstrend kommen. Das wird sicherlich jetzt aber nicht innerhalb von zwei, drei Tagen passieren. Zum Beispiel 24. August 123,80 Euro und dann könnte man eine Shortposition in Richtung 116,40 aufbauen. Das also nochmal ganz kurz, um es zu vervollständigen. Ansonsten, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, wenn sich das jetzt hier in der nächsten Zeit erstmal ein bisschen auffällt, könnte man vielleicht nochmal ein bisschen abwarten mit der langfristigen Position und wenn dann tatsächlich der Ausbruch in eine Richtung kommt, entweder nach oben in Richtung 145, dort eine Longposition oder nach unten unter den 134,80 zum Beispiel, dann eine Shortposition. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.